Superman braucht Hilfe. Diese bekommt er im Animationsspass DC League of Super Pets von seinem Vierbeiner. Und Krypto besitzt zum Glück dieselben Kräfte wie sein Herrchen. Und die braucht er zwingend, um den entführten Superman wieder nach Hause zu bringen. Fähigkeiten bekommen auch seine neuen Freunde. Um Krypto zu helfen, müssen sie aber erst lernen, diese zu beherrschen. Wie wäre Flughunschild? Was ist ein Flughunschild? Ausweichen! Saubere Abwehr. Das sah unglaublich schmerzhaft aus. Große Heldentaten und tierischer Spass, welcher einmal mehr beweist, dass Hunde wahrlich die besten Freunde der Menschen sind. Was habe ich denn hier? Quietsche, Bruce! Hol ihn! Das ist hoffentlich ein lizenziertes Spielzeug oder ich raste aus.